Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es endlich soweit und ich kann euch ein sehr gutes Produkt präsentieren, der euch in eurem Stahlmanagement wirklich hilfreich sein wird. Seit Jahren erreichen uns Anfragen der Heimann Academy Liberty Shop. Unser Standard ist hoch, was Pferdefütterung und Stahlmanagement angeht. Und Menschen wollen irgendeinen Shop haben bei uns, wo sie sicher sein können, dass sie auch wirklich hochqualitative Produkte bekommen und zwar an einem Platz. Viele Menschen schreiben ja, ich muss da was bestellen und da was, da Algen und da Steine. Könnt ihr nicht irgendwas machen, wo ich einfach hingehen kann und das alles bestellen kann? Das wollte bis jetzt keiner von uns machen in der Academy Liberty und auch jetzt wollen wir das nicht machen. Es ist nicht unser Schwerpunkt und meins auch nicht. Mein Schwerpunkt sind ja Workshops, Seminare, Bücher, Forschung, Wildpferde und Videos und Kurse, Online-Kurse, damit ich euch dieses Wissen auch direkt weitergeben kann. Deswegen werden wir keinen Shop machen, aber was ich machen unbedingt will und endlich habe ich das soweit. Ich möchte euch bestimmte Produkte präsentieren, die ich seit Jahren schon kenne, die ich seit Jahren verwende und möchte euch diese Erfahrungen weitergeben, damit ihr es leichter habt mit eurem Stahlmanagement, mit den Weiden. Gerade mit den Weiden, jetzt im Frühjahr, ich filme ja deswegen heute hier bei den Pferden auf meinen Weiden. Ihr seht ja, dieses Jahr verzögert sich ja Frühling ein bisschen und es ist noch nicht alles gut gewachsen. Üblicherweise in Ungarn ist es ja zu dieser Jahreszeit schon sehr üppig und das ist aber jetzt gute Zeit, indem man die Weiden auch behandeln kann. Normalerweise Frühjahr und Herbst. Im Herbst ist es ja etwas effektiver als im Frühjahr, aber im Frühjahr kann man das ja auch machen. Was Stahlmanagement, Weidepflege, Pferdefütterung in Detail geht, könnt ihr natürlich in meinen Kursen gerade Expertenwissen Pferdefütterungskurs. Dieser Kurs läuft gerade, könnt ihr euch natürlich in der Tiefe dann auch beschäftigen. Da gehen wir auch etwas ausführlicher an die Materie. Hier für euch etwas in Kurzform. Und zwar, wie behandelt man die Weiden? Das ist das, was mich die Menschen jetzt nonstop fragen. Bei mir wächst ja nur Unkraut, bei mir wächst Moos, bei mir wächst einfach Zeug, was ich nicht brauchen kann auf der Weide. Und wie kann ich diese Weide jetzt verbessern, ohne Chemie einzusetzen? Nun, wie kann man das machen? Man wird um diese Weidenpflege nicht herumkommen. Das heißt, man muss eine korrekte, adäquate, natürliche Weidepflege betreiben, wenn man gute Weiden haben möchte. Da kommt man nicht drum herum. Was man aber machen kann, um diesen Prozess etwas zu beschleunigen, zu unterstützen, zu harmonisieren, ist, bestimmte Produkte anwenden, die ich auch auf meinen Wiesen angewendet habe. Und so ein Produkt habe ich hier in der Hand. Das arbeitet auf dem Prinzip Bio-Photon. Was ist ein Photon oder Bio-Photon? Das ist praktisch kleinste Lichtpartikel. Und Lichtpartikel sind eigentlich das Leben. Das ist das, was Leben bringt. Und Bio-Photon ist es, wenn ein lebender Organismus diese Partikel auch abgibt. Um diese zu speichern, braucht man ein Speichermedium. Und in diesem Fall ist es so ein Steinmehl. Und dieses Steinmehl ist sehr hoch im Siliziumgehalt. Das ist auch sehr, sehr gut für die Böden. Und man hat es mit einer Protontechnologie behandelt. Und man hat eine schwache Strahlung dann festgestellt, eine Zellstrahlung, die sich ausdehnt. Und das ist das, was wir verwenden können. Ich habe dieses Produkt verfolgt seit mindestens 15 Jahren im Allgäu bei den Landwirten, die es eingesetzt haben, bei Ställen, bei Pferden, bei Wiesen. Und mit sehr, sehr guten Resultaten. Deswegen kann ich euch das auch empfehlen. Ich werde euch dann auch verlinken auf meiner Webpage, wo ihr das bestellen könnt. Was das Erfahrung angeht, könnt ihr dann auch dort ausführlicher etwas lesen. Zum Beispiel, man kann das ja, oder man muss es ja nicht nur auf die Wiesen verwenden, man kann das auch generell auch verwenden. Das heißt, zum Beispiel in den Strahl drum herum streuen, um den Strahl herum streuen. Weil das nämlich, dieser Produkt, was tut es? Das tut harmonisieren, optimieren und letztendlich trägt es zur Regeneration bei. Egal jetzt, ob bei einem lebenden Wesen oder bei einer Materie. Letztendlich ist alles ein lebender Organismus, wenn man das so will. Gerade Wiesen mit Pflanzen. Es lebt ja alles. Es reagiert drauf. Und wir haben ja auch Rückmeldungen, dass zum Beispiel Pferde, die müde sind, die sich nicht hinlegen zum Schlafen oder unsicher sind und so weiter, dann total entspannen und schlafen können. Davon haben wir auch Bilder. Das kann ich euch dann auch zur Verfügung stellen und zeigen. Und diese Erfahrungen wollen wir auch weiter teilen. Ich möchte diese Erfahrungen weitergeben für euch. Bitte, wenn ihr das bestellt und anwendet, schreibt mir, wie es sich bei euch ausgewirkt hat. Wie hat sich das auf die Pferde ausgewirkt? Wie hat sich das auf eure Wiesen ausgewirkt? Weil diese Erfahrungen möchten wir auch weitergeben an andere Pferdebesitzer, damit wir einfach dem beitragen, der Natürlichkeit beitragen. Zurück zu der Natur, zur natürlichen Ordnung, zu natürlichen Gesetzen, zur Gesundheit. Das ist das, was Gesundheit auch ausmacht. Und dafür setze ich mich auch sehr stark ein. Ich habe das meinen Pferden auch so angeboten. Das könnt ihr dann auch machen. Einfach den Pferden dann hinhalten zum Schlecken und schauen, ob die Pferde es nehmen. Das harmonisiert natürlich auch ganzen Körper. Und ihr guckt es dann. Also ich empfehle überhaupt nicht den Pferden irgendetwas reinzumischen. Das ist generell das, was wir nicht machen in unserem Stahlmanagement. Wir verabreichen keine gemischten Sachen, keine Industrienahrung und wir streuen nicht irgendwas den Pferden über Futter. Das machen wir nicht. Wir verlassen uns auf die intakte Eisinstinkte der Pferde und bieten es den Pferden auch an. Das ist ein natürliches Produkt. Die Pferde werden es nehmen. Sie erkennen es mit ihren intakten Eisinstinkten. Und sie werden es nehmen, wenn sie es brauchen. Also ihr könnt das auch den Pferden anbieten. Das ist sehr, sehr gut. Und generell ist es wirklich ein Rundum-Produkt. Ihr könnt damit eure Wiesen behandeln. Ihr könnt damit eure Misthaufen behandeln. Und ihr werdet dann wahrscheinlich sehr schnell die Resultate sehen. Wie gesagt, schreibt mir darüber. Schreibt mir in E-Mails. Schreibt mir unter diesem Video. Teilt eure Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr interessiert, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, weil wir möchten natürlich nur das auch empfehlen, was auch wirklich wirkt, überall wirkt. Erfahrungsschatz der Akademie Liberty und auch mein Erfahrungsschatz bildet und gründet darauf, was Leute in vielen Ländern, in vielen Stellen umgesetzt haben und was überall funktioniert hat. Und diese Produkte, nur diese Produkte möchte ich weiterempfehlen und weitergeben an die Menschen und diese Erfahrungen weitergeben. So ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Produkt. Ich freue mich unheimlich, dass ich es endlich bekommen habe, dass ich es endlich euch präsentieren kann und euch eine Hilfe, konkrete Hilfe geben kann, was es eben Wiesen und Behandlung der Wiesen angeht. Ich werde euch dann auch einblenden, wie sich meine Wiesen entwickelt haben, an den Stellen, an welchen ich es verwendet habe und wie an den Stellen, wo ich es nicht verwendet habe. und wie es nicht verwendet habe. Ich werde es nicht verwendet haben, wo ich es nicht verwendet habe, wenn wir uns in den Stellen, an den Stellen gewinnen, so ich rieche, w battle auf die sperren und hoch Intensivation zu kommen. Ich werde es nicht verwendet, aber ich werde es einfach nicht verwendet. Ich werde es nicht verwendet haben, aber es ist ein Schmerz. Ich werde es nicht verwendet haben. Untertitelung des ZDF, 2020